So ihr Lieben, herzlich willkommen mal wieder bei PES 2019. In meinem letzten Video habe ich euch zugegebenermaßen hier und da vielleicht ein bisschen umständlich gezeigt, wie man die Klassik PES 2019 PES Universe Option File auf die PS4 installiert. Ich habe im Nachgang noch einen Weg gefunden, wie man es ein bisschen einfacher machen kann, aber im Grunde genommen war das Video an sich jetzt auch nicht verkehrt. In erster Linie wollte ich euch ja dort auch zeigen, dass ihr die Teams, die ihr mit den Klassik Option Files tauschen wollt, auch manuell selber bestimmen könnt. Das ist eigentlich die wichtigste Message gewesen. Nicht, dass ihr euch irgendeine Liga überschreibt, die ihr eigentlich behalten wollt. So, ich habe in der Major League Soccer die ganzen Teams überschrieben. Hier brauche ich das Ganze nicht so für mich persönlich. Ich habe aus der PES 2019 Klassik Option File Volume 1, ich glaube drei oder vier Teams nicht genommen. Das war das klassische Newcastle, Sunderland und Everton, glaube ich, weil mit den Teams kann ich jetzt persönlich gar nicht so viel anfangen. Deswegen habe ich sie auch nicht genommen und will mir dann hier auch ein paar Slots freihalten für kommende Klassik Teams. Für mich natürlich als Bayern-Fan ein bisschen schade, dass noch kein klassisches FC Bayern-Team dabei ist, aber wollen wir uns mal nicht beschweren. Das wird es dann sicherlich in einem Volume 2 oder 3 dann noch geben. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Wenn ihr hier mal durchfliegt, super interessante Spieler drin, einfach mal Arsenal hier genießen. Ich habe ja auch Anfang der 2000er oder die Premier League verfolge ich generell eigentlich relativ gerne, aber mit Familie ist das alles natürlich zeitlich nicht mehr so in dem Umfang möglich, wie das vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall war oder auch in der Zeit davor. Deswegen erinnere ich mich hier besonders gut an den Kader von Arsenal, die habe ich sehr gerne gesehen. Einfach mal hier zum Genießen, wer alles dabei ist. Campbell in der Abwehr, Bergkamp, Henri im Sturm, Kanu, Van Persie, Sylvain Viltron, Alexander Glerb, um mal nur einige Spieler zu nennen. Also das finde ich jetzt schon sehr gelungen. Ich will jetzt einfach mal euch hier im Schnelldurchlauf die Teams zeigen, die bis auf die drei dabei sind, die ich jetzt persönlich nicht genommen habe. Liverpool hier mit 1984 bis 2005, so ein kleines All-Star-Team. Robbie Fawler, Steven McManaman, Michael Owen, Ian Rush, um nur einige zu nennen. Steven Gerrard hier mal im ersten Überfliegen. Dann Manchester United, 87 bis 2008. Übrigens, keine Sorge, es sind auch Teams von den Jahrgängen her. Weiter unten seht ihr es vielleicht schon. Liverpool 2000 bis 2007. Also da ist dann auch ein bisschen enger zusammengefasst die Top-Spieler, die es in dem Verein in dem Zeitraum gegeben hat. United, 87 bis 2008 natürlich auch interessant. Roy Keane, Rio Ferdinand, Ronaldo, Van Nistelrooy, Ole Gunnar Sol. Erik Cantona, Wayne Rooney, um mal hier einige zu nennen. Wobei ich jetzt persönlich ein bisschen auch Dwight York und Andy Cole vermisse. Aber wollen wir uns mal nicht beschweren. Die Jungs machen eine super Arbeit hier. Jaap Stamm, die Viererkante aus den Niederlanden. Celtic Glasgow und den Glasgow Rangers kann ich gar nicht so viel sagen. Wobei ich sagen muss, ich kenne ja hier auch Paolo Di Canio, Marc Viduga, Petrov, der ja auch glaube ich bei Wolfsburg gespielt hat. Ich glaube der Stylian Petrov müsste das hier sein. Henrik Larsson, also Boruc, der Torwart. Also man kennt dann doch einige, die Glasgow Rangers hier mit Laudrup zum Beispiel. Wobei das beim ersten Überfliegen für mich jetzt fast so Giovanni van Bronckhorst, Ronald de Boer. So ein bisschen eher die einzigen Namen sind Liverpool 2000 bis 2007 hier. Dirk Keuth, Michael Owen, Fernando Morientes, Peter Crouch, Milan Baros, Robbie Ford, Emil Hesky. Super Stürmer, wie man ihn sich eigentlich als Mittelstürmer vorstellt. Und Murphy, Jon Arne Ries, Xabi Alonso, Didi Hamann, Sammy Hüppier. Also eine coole Truppe. Und wie gesagt, ich finde diese Klassik-Teams dermaßen cool und gelungen. Manchester United hier mal Nani, Berbertov, Carlos Tevez, Ronaldo wieder, Rooney van Nistelrooy. Jetzt gehe ich natürlich immer ein bisschen egoistischerweise hier fast nur die Stürmer durch. Wieder Trio Ferdinand, eins der besten Vierer, eins der besten Innenverteidiger-Duos. Die es in Europa eigentlich in den letzten 15 Jahren gegeben hat. Die haben hier bei Manchester United zusammengespielt. Schon eine coole Sache. FC Barcelona, ja da geht mir die Kinnlade runter, wenn ich die ganzen Namen lese. Dego, Piquet, Puyol, Messi, Ronaldinho, Samuel Eto'o, der ja auch sehr gute Zeiten dort hatte. Gudjonsson, Henrik Larsson, Ibrahimovic, Alexis Sanchez. Das ist schon eine Wahnsinnssache. Schade, dass hier der Jahrgang nicht mehr mit bei ist, wo auch ein Rivaldo da mit bei gewesen wäre, den ich auch sehr, sehr gerne in Barcelona gesehen habe. Hier fehlt mir so ein bisschen noch das ältere Barcelona, aber das gibt es mit Sicherheit dann auch noch. Mit Patrick Kleubert und den ganzen anderen Holländern, wie sie alle heißen, die De Boer-Brüder. Giovanni van Bronckhorst, Marc Overmaas. Ich hoffe, auch das Team wird dann noch nachgereicht mit einem nächsten Patch. Aber wie gesagt, wollen wir uns mal nicht beschweren. So, Real Madrid, 99 bis 2004. Da gibt es auch nicht viel zu sagen. Roberto Carlos, Fernando Jero, Macalele, Zidane, Raul Ronaldo. Meine Güte, Anelka, was freue ich mich, mit diesen Teams mal irgendwie zu spielen, mal ein Turnier zu machen. Oder ich könnte mir sogar vorstellen, wenn noch ein paar Klassik-Teams dazukommen, vielleicht sogar eine Klassik-Team-Liga als kleines Let's Play anzubieten. Mal sehen, wie das dann ankommt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für den einen oder anderen doch ganz interessant sein wird. Denn die ganzen anderen Sachen, ja mei, die werden im Netz schon zu Genüge angeboten. Nichtsdestotrotz zeige ich ja auch von PES einiges auf dem Kanal. AC Milan, Paolo Maldini, Cafu, Japs, Damme, Alessandro Nesta. Legendär, diese Vierer-Abwehrkette, eine der stärksten in Europa. Vielleicht die stärkste, die es mal Anfang der 2000er gegeben hat. Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaká, der seine besten Jahre beim AC Mailand hatte und dann bei Real Madrid nicht mehr so das zeigen konnte, was er eigentlich konnte. Rui Costa, Albertini, Ambrosini, Jondal, Thomasson, also Alberto Gelladino. Da geht einem das Weltfußballherz auf. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn der AC Mailand gerade so Anfang, Mitte der 2000er immer mit dem FC Bayern schon in arger Konkurrenz war und sie in den Duellen, die es da so gab, Gruppenphase oder auch K.O.-Runde Champions League, dann leider doch meistens besser aussahen. Inter Mailand 2005 bis 2010. Lucio, Walter Samuel, Maikorn, Christian Kiewu. Auch eine legendäre Vierer-Abwehrkette hinten, wie sie hier mal so zu sehen ist. Eto'o, Diego Milito, auch ein Mittelstürmer mit Näschen. Oberfemi Martins, Adriano, Alvaro, Rehkoba, Luis Figo, Stankovic, um hier nur einige zu nennen. Stimmt. Balotelli, Ibrahimovic, Hernan Crespo. Ein super Mittelstürmer-Typ. Schon interessant. Schauen wir uns mal Juve an als aktuell letztes Team von Volume 1, welches ich mir importiert habe. Mauro Camoranesi, Edgar Davids, Pavel Nertwert, Tresi G. und Del Piero. Oh, da weiß ich schon, was fast eins meiner Lieblingsteams hier bei den Klassik-Teams sein wird. Cannavaro, Zambrotta, Lilian Turam, Buffon sowieso hinten im Tor. Ibrahimovic. Ach Leute, hört auf. Das ist richtig geil. Das wertet für mich PS 2019 nochmal einige Prozentpunkte auf. Ich kann mir sicherlich auch noch mal eine PES 2019 Option-File Klassik vom FC Bayern mal im Netz suchen. Gibt es mit Sicherheit auch. Ließe sicher denn auch relativ unproblematisch hier als eine in diese Slots hier rein importieren. Das werde ich jetzt vielleicht mal machen. Aber wie gesagt, ich wollte euch jetzt mal die Klassik-Option-File von PES Universe mal soweit ganz kurz vorstellen. Ich glaube, das hat dem einen oder anderen jetzt auch mal getaugt, das so zu sehen. Wie gesagt, wie man das Ganze installiert. Das Video gibt es bei uns auf dem Kanal. Auch wenn ich jetzt hier nochmal einhaken muss und sagen muss, ich habe es da teilweise vielleicht dann doch etwas umständlich gezeigt. Aber die wichtigste Message war eigentlich die, dass ihr das Team, was ihr tauschen wollt und die Liga, das könnt ihr relativ frei wählen. Und das sollte eigentlich vor allem in diesem Installations-Tutorial auch für euch zum Ausdruck kommen. Also ich für meinen Teil habe die Major League Soccer, wie ihr hier seht, die Teams getauscht und werde das weiter tun, weil das für mich nicht wichtig ist. Aber ansonsten könnt ihr das halten wie ein Dachdecker. Und ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich denke mal ein ganz kleiner, aber feiner, sehr schöner Überblick über die klassischen Teams und die Spieler, die man damals doch geliebt hat. Auch wenn sie in anderen Vereinen gespielt haben und nicht in eigenen Lieblingsvereinen. Aber ich glaube, wer Sportfan ist und wer Fußballfan ist, der muss diese Teams und Zusammensetzungen auch einfach lieben. Und damit verabschiede ich mich auch ganz herzlich von euch wieder. Danke euch auch, dass ihr auch in dieses Video mal wieder reingeschaltet habt und habt weiterhin Spaß bei uns.